Hallo und willkommen zu einem neuen Vulkan-Video. Jetzt habe ich hier von Jorke den namenlosen JF43 und was gibt es dazu zu sagen? Der ist nämlich 70 Gramm, fühlt sich etwas schwerer sogar an und zünden wir ihn einfach. Auf geht's! So, der Jorke-Vulkan ist dran. Wunder, wunderschön! Wunder, wunderschön! 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 Wow, das kann ich echt empfehlen, der war super und dann tschüss bis zum nächsten mal.